Die Jagd nach dem Kinderkiller von Herne. Am Donnerstagmorgen geht die Polizei dem Hinweis einer Zeugin nach. Der gesuchte Marcel Hesse könnte sich in einem Krankenhaus in Mönchengladbach aufhalten. Eine Einsatzhunderschaft durchkämmt das Krankenhaus Maria von den Aposteln im Stadtteil Neuwerk. Das Gebäude ist komplett abgeriegelt, niemand darf rein oder raus. Hesse gilt als gefährlich. Er hat angedeutet, dass er weitere Verbrechen verüben könnte.